Hallo, ich bin Katharina Linder und ich stelle euch jetzt Jacques, den Taxifahrer vor, der immer ganz tolle, klassische Musik in seinem Taxifahrer liebt. Hallo! Hallo! Guten Abend! Guten Abend! Na, hier läuft ja wunderbare Musik! Ja, klar! Ich komme aus Persien. Und seit wann bist du? Bist du in Persien geboren? Ja. Und als ich 19 Jahre alt war, habe ich das Land verlassen. Ich hatte eine Kassettenrekorde damals gehabt. Den du auch mit hattest? Ja, mit habe ich. Ja. Und habe ich dann halt die Klavierkonzerte von Chopin am Organ. Ja. Und alle wollten halt hören, was ich höre. Und die ganze Booster hatte dann halt von mir ausgeliehen und das gehört. Und die waren alle bei mir dann gewesen. Ja. Und seit wann fährst du Taxen? Seit 2001. Also während meinem Studium. Ich habe studiert. Ja. In Marburg. Ja. Am Philipps Universität. Was hast du studiert? Ich habe Festkörperphysik studiert. Ich bin Physiker. Diplom Physiker. Okay. Und es hat sich nicht ergeben, eine Arbeit zu finden. Richtig? Ja. Und dann habe ich mir gedacht, dann fahre ich weiter Taxen, bis ich einen richtigen Job finde. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe vieles verloren, also vergessen. Ja. Aber wenn ich dann wieder rein arbeite, dann kommt alles wieder hoch. Ja. Ja, ja. Interessiert dich das denn noch? Also liest du was darüber? Über das Fach sozusagen? Ja, klar. Das ist mein Leben. Ja. Also liest du. guilty. Jيت über 6 назад.